Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihnen trauen? Und was sollt ihr ausraster wegen meines Anzugs? Mach das mal auf. Die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Die Treppe ist blockiert. Nein. ...Verpist dich. Okay, da durch. Woah, fuck, fuck, fuck. Woah. Ich bin okay. Dann bleibt wohl nur noch ich. Okay, Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nano-Suits. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Alles ist nötig. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Oh, wie kann ich hier lang, weißt du, Frage? Warum springe ich wieder hier rein? Ich will da hoch. Dann nicht. Okay. Hä? Da. Oh, nicht. Oder wie, oder was? Ich warte. Ach, dort. Idiot. Oder wie. Wie. Oder wie. Oder wie. Oder wie. Oder wie. Also haltet euch an dem Plan, macht keinen Scheiß und sichert euch gegenseitig. Noch Fragen? Was ist das in ihr Leben, Sergeant? Sie mich auch, Gomez. Und jetzt gehen sie da raus und holen sie sich seinen Kopf. Okay. Erstmal alle Gegner markieren, die ich hier gerade sehe. Und die ich hier noch weiterhin sehe. Okay. Tarnfeld aktiviert. Fuck. Nummer 1. Come on. Nummer 2. Nein. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7 hat sich dann verkrochen. Wenn wir jetzt erstmal wieder alle meine Pfeile wiederholen. Ich würde meine Astronomie wiederholen. 1 3 Da sind wir auch mäßig dort ist einer da Keine ist gar Keine ist gar Für wen es gab Was ist da für eine Waffe Was gibt es da für eine Waffe Und noch mal Was gab es Was anderes als gar Keine Ahnung Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal Was ist eigentlich eine Animation Jo Sieht auch gar nicht so Schlecht aus Also ich habe Weil ich Das ja angeguckt habe Natürlich vorher Hab ich gedacht Das ist jetzt mega schlecht Aber ich Jetzt eigentlich ganz nett So Wir müssen ihn raustreiben Gehen wir Ich werde mal hinten Schally dranhauen Und anderes Visier Nachladen Jetzt Komm 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 Ist ja noch einer Hey Das war's mit dir Das war's mit dir Warum ballert das mir noch weiter an Find ich auch nicht nett Gehe ich hier mal wieder durchruschen Wow 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 Kanaten brauche ich Station brauche ich Komm schon Okay Okay Ich habe das geschütz erledigt Gehen wir Ich werde einmal das hier freischalten Ja Modul freischalten Wir schließen Er ist vorerst Ist jetzt glaube ich Ein bisschen Wow 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 Chill Chill man Bats Oh, Batz. Batz, Batz, okay. Das ist die Jacke. Ist zwar eine Schrot. Aber es geht auch mit einer Schrot. Aua, 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 aua. Oh, was lag da drin? Nein. Ja, nein. Was? Da liegt der andere Waffe. Okay, nice. Okay. Nochmal welche. Okay. Okay. Ist da hoch, ne? Ich kann eigentlich durchgehen, oder nicht? Warum muss ich da hinten lang... Ich kann das hier auch einfach benutzen und dann hier durchgehen. Aber nicht. Warte. Ach, das ist ein Aufzug. Ach so. Ach so. Was ist das? Fuck, so all the fuck, Alter. Wer hat denn auf das Ölfass geschossen? Okay. Die hab ich doch schon. Mann, oh. Ja, put, jung. Doch nicht. Ah, hier ist ne Tür. Boah, wie viel da kommen. Ich glaube, die wissen noch nicht mal, dass ich da bin. Oh fuck, ich muss ja auf mein Leben achten. Das mach ich nie. Das ist, ehrlich, das ist schlimm bei mir. Hier bin ich wieder. Was ist hier los? Ja. 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 Romeo 1, der Fulten-Wärm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Ding. Ding. Ich will jetzt mal noch markieren wieder. Das ist mir sehr wichtig. Das mach ich aber nicht. Das mach ich nicht. Dann. Vielen Dank. Ich habe keine Muniz mehr, lol. Vielen Dank. Ich bin hier. Ich bin hier schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Boah, den oben trifft ich nicht. Jetzt. Okay. So. Warum ist da vorne ein Geschütz? Finde ich doch gar nicht nett. Okay, gut. Munition wieder. Und Munition. Das Wasser. So ein scheiß Ding. Schön, dass du kaputt gehst. Ich hebe jetzt alle Munition wieder auf, weil, ähm, aus Prinzip, weil ich sonst Munitionsprobleme habe und meine Köpfe hat mega, mega mäßig weh in den Ohren. Deswegen mache ich jetzt gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Oh, meine Frau und da. Hui. Wo sie hin? Da. Auch nicht. Gut. Muss ich da hoch oder runter? Ich will mal so ein Eder runter. Du stößt mich jetzt gar nicht. Wird mich auch gar nicht stören. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Es gibt einen auf die Fresse. Probieren, das ist der Fall. Ting, 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 ting. Komm, sohn. Muss ich lang. Da. Los. 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 Wir sehen nichts. Ist schon etwas tief. Okay. Nicht mehr. Muss ich hin lang. Verstehe jetzt gerade nicht. Ne. Will ich gar nicht. Hä? Was muss ich denn kaputt machen? Ah. Okay. Ich glaube ich hab's. Jo, ich hab's. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und. Benutzen. Nummer 1. Fehlt noch einer. Okay. Äh, Leute. Das war's erstmal von mir. Nein. Vier Cell Eingreifteams nähern sich deiner Position. Mit Helikoptern. Was du auch vorhast, Boss. Mach es schnell. Jaja. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Wenn's euch gefallen hat. Ihr könnt ein Like da lassen. Ihr könnt auch einen Kommentar. Feedback geben. Ähm. Wenn's euch ganz gut gefallen hat. Und ihr viel, viel mehr von mir sehen wollt. Dann. Klickt auf Abonnieren. Ihr könnt's natürlich auch auf Facebook. Twitter. Oder whatever. Verbreiten. Würde mich echt freuen. Ist mir eine große Hilfe. Das war's von mir. Haut rein. Tschüss. Tschüss.